Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit Cora Stormstress. Sie hat auch einen Youtube-Kanal, ein sehr cooler. Sie heißt ja, so wie im Spiel. Hat nur dahinter noch SSO. Ja, lass gerne ein Abo dabei. Lol. Lol. Hi. Egal. Heute will ich euch in einem kleinen Wasser-Bach zeigen, wie ihr ins Wasser laufen könnt. Also durch das Laufen könnt ihr nur im Wasser stehen. Ich hab keine Grund und zu 100%ige Garantie, dass es klappen wird. Aber ich glaube, es wird dafür nicht. Ne, ich sag jetzt nicht vom Fernsehen. Danke. So. Egal. Dafür müsste ich hier auf jeden Fall so ein Laufen. Das ist ein bisschen schwierig. Das geht. Das ist ziemlich schwierig. Du hast manchmal noch ein Schwerpunkt. Ich hab heute, wenn ich jetzt vielleicht gesperrt werde, in dem Video und das ist so ein Fail. Egal. Also auf jeden Fall, müsst ihr dann ins Wasser springen. Ich zeig nochmal direkt vor. Und zwar müsst ihr ins Wasser springen, dann auf O drücken. Und dann auf O und X. Und dann reist ihr ins Wasser. Und müsst ihr euch dann abholen lassen. Weil sonst kann sie nicht besser laufen. Und dann packt sie ein bisschen. Aber ihr könnt ihr halt auch nicht bewegen. Ich mach jetzt direkt mal Abholservice, weil sonst könnt ihr nicht weiterlaufen. Ich schreibe direkt mal, dass das Video zu Ende vorbei ist. Ähm. Heute mal nicht mit meiner Freundin. Vielleicht wird noch ein Video kommen. Mit meiner Freundin. Ich weiß es nicht. Aber egal. Cool. Ne. Egal. Auf jeden Fall. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und lasst gerne ein Like da. Für mehr solche Videos. Vielleicht auch bessere Videos. Und bis zum nächsten Mal. Und tschau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.